Du hast ja ganz schön viel Rennerei, ne? Ja, genau so soll es sein. Es ist schon so ein Kindheitstraum gewesen, einmal zu den Olympischen Spielen zu kommen. Auf die Plätze! Da steht man dann auch morgens gern mal so früh auf, anstatt abends feiern zu gehen. Ich würde sagen, dass wir der Inbegriff einer Leistungsgesellschaft sind. Als sie 9 war, hat sie zu mir gesagt, Mama, ich fühle das Wasser. Nur wenige können Erfolg haben und die anderen bleiben auf der Strecke. Nein!